Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft, natürlich die PC-Version heute mal. Nicht wundern, wenn ich das nicht so auskenne. Zumindest ja. So, was wollen wir jetzt machen? Vorher geht es natürlich nicht lang. So, jetzt doch mal ein bisschen die Musik runterdrehen. Ach, bin ich bloß, muss man so sagen. So, was das hier? So, was das hier? So, was das hier? So, was diese Musik? So, was das hier? So, was das hier? So, was das hier? Ich kenne die Heimat in der Zeit. Die hab ich mir wunderbar gemacht. Ich könnte auch mal empfehlen, welche Textung hätte. Ich könnte auch die Textung einstellen. Ich könnte auch die Textung erzählen. Und ich könnte auch die Textung nicht mehr so machen. Ich würde mir die Textung nicht mehr machen. Ich würde mich nicht mit dem Text machen, aber ich würde mich nicht mehr nutzen. Oh, shit. Ich fahr schon mal. Ich fahr schon mal. Bei dir. Ich fahr schon mal. Ich fahr schon mal. 4 3 3 3 4 Warum man durchsprecht Naja Also in den nächsten Folgen werden wir natürlich hier sein Eigentlich nur eine kleine Vorführungsfolge Ich hab Tribuiert Ich hoffe ich probieren Bei dem ganzen Lichten In meinem kleinen Ich will nur mehr trill auf der Rune Mache Und nehmen Mache Hier sagt Schau Bis zum nächsten Folgen Minecraft und gesagt sieh versuch also ciao